Hallöchen, meine Damen und Herren, fröhliche Weihnachten wünsche ich euch. Wir haben bis eben durchgestreamt, bis 5 Uhr morgens fast, naja, es war halb 5, dann haben wir noch kurz getalkt. Und mir ist dann jetzt gerade eben aufgefallen, dass ich gar kein Video für heute habe, also für den 24. Ich weiß, es ist ziemlich unnormal, eigentlich hat jeder immer da so ein Weihnachts-Giveaway-Special-Kram-Fatz-und-Sonder-Chambambus. Das hatten wir alles auch, aber eher im Stream, also da haben wir richtig reingeballert, auch mit ganz viel Giveaway-Kram und hin und her. Aber ja, ich möchte auch hier auf jeden Fall jedem von euch frohe Weihnachten wünschen, frohe Feiertage und falls man sich nicht mehr sehen sollte, natürlich auch einen guten Rutsch. Gleichzeitig hier natürlich noch ein riesen Dankeschön an jeden, der mitgeballert hat, gerade jetzt in den Streams, aber natürlich auch in den Videos, unter den Videos, in den Kommentaren. Ich muss nach wie vor noch einige kommentieren, ich weiß, das sind bestimmt noch 100 unkommentiert. Es ist halt gerade einfach wegen Weihnachten und sowas viel zu tun. Aber ja, vielen, vielen Dank für euer Dabeisein, für eure Aktivität, für alles. Und ganz besonders eben für die ganze Sache in den Streams, also das Mitgeballere, das Zugeschaue, im Chat die Aktivität. Natürlich auch die Spenden, die Abos und so weiter und so fort. Die hat mir gerade jetzt im Dezember wieder so viel gegönnt. Ein riesen Dankeschön an alle. Kurs geht raus. Wir sehen uns hier auf YouTube wahrscheinlich erst wieder in drei, vier, fünf Tagen oder sowas, weil gerade jetzt die Weihnachtsfeiertage eben belegt sind durch die Familie. Also wir sind viel weg. Ich konnte nichts vorarbeiten und ja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Ich nehme das jetzt hier, wie gesagt, noch ganz schnell auf, bevor ich schlafen gehe. Dann ballere ich das noch hoch, mache noch schnell irgendeine Kack-Thumbnail und pushe das hoch, weil dann ist eben ja einige Tage Stille. Bis zum 27., also Dienstag nächste Woche, denn die Streams werden normal weiterlaufen. Also Dienstag, Donnerstag, Freitag werde ich ganz normal mit euch reinballern. Und ja, da hören wir uns dann Feste auf jeden Fall wieder. Videomäßig muss ich halt dann gucken. Ich hoffe, es hat niemand ein riesen Weihnachtsvideo erwartet. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe, glaube ich, einmal einen Adventskalender gehabt vor, was ich fünf, sechs oder sieben Jahre. Da hatte ich immer noch Zeit ohne Ende. Jetzt mit Frau, Kind, Haus und dem ganzen Gramm Bumble noch neben der Arbeit ist das natürlich nicht mehr so einfach. Nichtsdestotrotz wollte ich eben zumindest ein kleines Dankeschön und eben ein paar Weihnachtswünsche aufnehmen und raushauen. Feiert also schön mit euren Lieben, haut da rein und wir sehen uns spätestens am Dienstag, also am 27. wieder im Livestream. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage, lass es krachen, later! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020